herzlich willkommen wollte ich eigentlich sagen markiert immer munition noch mit ja wie wir beim letzten mal schon angekündigt haben jetzt geht es an die antenne ja wir gucken mal wir fliegen mal dahin und ja genau ich fliege mal dahin wie immer vorsicht dahin bitte wenn sie noch sich daran erinnern könnten wo wir beim letzten mal da drüben gucken sie mal das auch eine große antenne aber so eine antenne ist das ja nicht mehr wir gucken mal dahinten ist und sonst ist hier nichts mehr es sind gut sind zwei antennen da ganz links ist noch eine genau könnte ja sein dass sie da dahin ist tschuldigung hüsterken hat auch der kleine ja aber der wir müssen ja zu einer hin wohl wie die aktiviert deaktivieren müssen dann ach so meinen sie das ist so ich verstehe komisch die gegend kenne ich hier woher und dem klärwerk ich glaube wir haben ein lkw geklaut ja ich glaube schon flieger wir haben uns wir haben uns gerade so im off haben uns unterhalten wie viel wir eigentlich noch machen müssen und der uns ist aufgefallen das hat noch scheiße viel wir haben noch sehr viel unbekannt wo und die kohle in der luftabwehr ich kann ich mir sehen dass die also ich denke mal da links die antenne ist da glaube ich nicht da gibt keine straße hin oder ist doch scheißegal da muss ach so ne guck mal die sieht anders aus das ist so eine kleine ja dann denke ich mal dann wie die andere wohl aber wir gucken jetzt mal ja wir müssen mal gucken wo die ist die kann natürlich überall sein wir können ja mal ein bisschen rumfliechen hier weise so eine kleine ja ja so eine kleine ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher frage ist die kann natürlich überall sein und wir haben ja schon einige folgen gehabt wo wir dann so versucht haben schnell hinzukommen wäre natürlich schön wenn ich sie da absetzen könnte na gut ansonsten müssen wir die noch mal machen ja aber im ende musst du erst mal gucken wo die ist da kommt wieder so eine leuchtrakete ich glaube kommt fliegt mal dahin wir 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 gucken mal ja vielleicht schaffe ich das ja auch schnell genug ja wer weiß wolltest du mitkommen dann wieder ja wir gucken ja erst mal das ist ja immer so dass es dann wahnsinnig schwierig ist dann dass das passende teile auch zu finden schaffen sie in den tunnel rein zu fliegen so dass die einen hier unten naja ich weiß passen sie lassen mich raus ja steigen dann hoch ja und dann wird ihnen das ja angezeigt wo das ist na und dann können sie schneller gucken als sie gucken können weil bevor ich das dann mache okay so pass auf ich gehe jetzt mal raus und du steigst mal hoch und dann kannst du dich auch besser drehen dann weißt du auch wo die ist bist du bereit ja ich die aktiviere aha 1,7 kilometer ich guck mal hast du eine zeit die läuft im moment nicht ich habe mir mein auto geschnappt 1,4 also hier läuft keine zeit scheiße ist unidad ich war jetzt einfach mal durch habe mit euch nichts zu tun das also schnell ist der heli dann doch nicht ich bin in 800 metern da ja 400 meter ich bin schneller ein steig aus weg schaffe wieder 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 da sind natürlich auch böse natürlich sind da böse natürlich warten da welche auf uns na ist ja geil ich sehe sie ich deaktiviere jawoll das habe ich gemacht du vor nein ich habe das gemacht ich habe das die meine hand hat sich bewegt meine hand hat schneller als ich will nicht wechseln doof kopf der hat mich gewechselt so weit machen wir jetzt ja der hat gewechselt dass wir machen müssen ich will meine g was verlassen g 30 oh nein der hat meine wache weg gebuffelt jetzt habe ich eine pp 19 was war das nochmal im nein ich will keine pp 19 hört sich an wie pipi 19 ne mörser einsatz würde ich nicht machen wo ist denn die waffe verdammt wo ist die waffe das war eine g was war das g 6 g 36 wo ist die denn habe ich hier gar nicht ich sehe grad hier ist noch ein zeichen das ist noch gar nicht wieso habe ich kein g 36 was soll das hast du nicht immer jemand so fangen wir von vorne an super shorty wo ist denn dieses blöde da wo ist denn das das doofe fragezeichen verdammte hacke wird hier scannen hab's und scannen doch auch oh da kommt ein unident wagen gehen sie mal weg in deckung hinlegen hab ich gesehen ja der fährt doch weg ja jetzt der hat aber leicht gejagt so da hätten wir noch einen nebeneinsatz treibstoff markieren sie den konvoi soll man das machen markieren ja wo haben sie denn wieder den helien gestellt wieder äh unten ich musste ganz schnell äh oh doch doch unidazisse ich wusste es warum schießen die denn auf mich ja weil die sie doch gesehen haben ja die fangen weit die doch kannst du nicht sprechen jo komm mal zurück nein du wirst doch gleich bei mir gespawnt ach ey du bist ein vogel komm doch zurück die haben doch verstärkungen gerufen bist du denn doof sag mal ich lieg hier auf der straße weit und breit ist nix hol mich doch zurück nein die haben verstärkungen gerufen also ich glaub das nicht ich glaub das nicht so tu mir leid mir hier das ist keine gute idee was du da immer so machst warum holst du mich denn nicht zurück ja weil die verstärkungen gerufen haben du bist doof man hau ab ey man will ich so ne scheiße und dann haben wir wieder so ein kampf und dann haben wir wieder so ein kampf ja gucke kein mensch weit und breit ist da keiner doch doch aber Miri ist weg doch doch naja ist gut also leute tu mir leid also ich kann was das immer angeht dass die sich in der Hose scheißt die scheiße immer ich riech das bisschen gehen die hätte nur die paar Meter zurücklaufen müssen ich liege immer noch und kein Unidot da weit und breit nicht so jetzt muss ich den markieren die lässt mich hier einfach liegen aaaaaaah die lässt mich hier liegen das ist nicht zu glauben die lässt mich einfach liegen das ist ja scheiß egal ja die haben Verstärkung gerufen ja ist gut ey die haben Verstärkung gerufen ja sobald ich da gewesen wäre Ich muss glaube ich ich muss mir in deine Hosen machen boah alter das kann nicht sein das kann nicht sein ich lasse dich nächstes mal vergammeln denn lass dich da auf der Straße können sie mich mal holen du wärst doch sowieso bei mir gespawn ne bin ich ja nicht Macht der da so einen Stress? Ach, du bist doof. So, da kommt wieder was. Gehen sie in Deckung. Schießen sie jetzt gerade auf mich? Ich habe mich auf sie geschossen. Ach, Mart. So, wir gucken mal noch mal auf die Karte, ob dieser Konvoi noch irgendwo... So ein Schwachmat. Ehrlich? Nee, ist kein Konvoi mehr zu sehen. Aber wir haben hier... Da haut die einfach ab. Die haut einfach ab. Stoppen sie den Funkkonvoi, sehe ich gerade. Aber der ist im anderen Gebiet. Ja. Wir hätten hier noch den Medikamentenkonvoi. Der kommt jetzt hier in die Richtung. Ja, genau. Einen Heli haben wir da hinten. Aber wir können uns ja eins spawnen, ne? Ich brauche keine Heli. Ich kann auch mit dem Auto fahren. Tschüss. Mit Ihnen mache ich gar nicht. Ich mache jetzt alles alleine. Oh, hier ist ja gar kein Auto. Hallo, ich möchte ein Auto haben. So, kommst du mit? Oh, nee. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Boah, jetzt ist er stinkig. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt bist du doof einfach. Weil du einfach abhaust. Alles interessiert dich nicht. Und es ist scheißegal. Du machst alles immer alleine. Bleiben Sie mal stehen. Ich brauche hier ein Auto. Hallo, ich brauche hier ein Auto. Dankeschön. Echt. Ich will fahren. Kann alles nicht wahr sein. Dann lässt sie mich da liegen. Die haben mich nicht hergezogen. Ich bin jetzt mal geheult eine Stunde. Kann doch nicht wahr sein, ey. Was soll denn das jetzt? Kann alles nicht wahr sein. Das ist, äh... Nee, mit der will ich... Ach, mit der will man doch nichts mehr zu tun haben. Was soll denn das jetzt? Kann doch nicht wahr sein, ey. Das macht ja aber zu viel, ey. Ich bin aber hier. Ich kann aber auch nicht machen, ey. Und man ist dann. Fliegt sie alleine hinterher und geht kaputt. Was ist hier los? Was ist sie denn so giftig? Kann doch nicht wahr sein, ey. Leute, das ist nicht wahr. Also ehrlich, ich mache das so nicht mehr mit. Geht so nicht mehr. Damit der Alten... ...ne Arbeit. Ich mache mal eine Abkürzung, ne. Ich habe ihn. Okay. Ja. Ach, schade. Weißt du, mit dir also kein Bock mehr, oder was? Doch, ich habe ihn in der Luft. Den Fahrer habe ich erledigt. Ja. Aber die fahren ja immer noch. Ja. Hallo, ich brauche ein Auto. Hallo. Ach, natürlich über diese komische Piste hier. Ist ja klar. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Hallo. Hallo, ich brauche ein Auto. Stellen Sie mal aus, bitte. Stellen Sie bitte mal aus. Das hat Ihnen nicht gefallen, aber ich kann nicht diskutieren. Genau, sorry, Pumpe. Sorry, Pumpe. Die fahren da unten, ne? Ja, da muss ich doch mal hinterher gehen. Wie ist das denn bei Ihnen noch was, oder wie? Ja, wird noch was. Oder laufen Sie da einfach nur hinterher? Das zieht ja nicht da raus, also, dass das irgendwie klappen würde. Kann das sein? Erster Wagen ist platt. Na, mach mal den zweiten platt. Nee, gar nicht wahr. Das war der falsche. Ich habe einen Zivilisten platt gemacht. Boah, ist die doof. Seht ihr das? Nein, Zivilist war da nicht. War schon einer, aber... Ein anderer. Jetzt komm ich. Mach mal da eine Straßensperre. Ach, jetzt liege ich auf der Straße. Toll. Weil. Der Wagen steht hier. Oder? Pass auf, da ist noch einer links am Baum. Wow. Ähm, hallo? Was denn? Ähm, ich liege hier. Ich sehe Sie nicht, wo sind Sie denn? Hier, ich liege hier. Hallo! Hallo! Ich kann Sie nicht sehen. Hier! Hilfe! Na? Hilfe! Ich zöne für Sie eine Kerze an. Ist das okay? Ich zöne mal eine Kerze an. Oh, ist der fies! Leute, der ist so fies! Ich habe eine Kerze angezündet. Ich mache jetzt... Ich mache jetzt davon ein schönes Foto. Oh, der ist so fies! Wie Sie da so scheiße liegen. Moment. Nee, kein Foto. Ich mache mal ein Foto von Ihnen. Da können Sie sich sowieso nichts gegen machen. Ah, jetzt ist der weg. Schade eigentlich. Äh, das war wohl nichts, ne? So, Arschgesicht, ey. Aber habt ihr halt gesehen? Ja, guck mal. Guck mal, wie da kommt. Guck mal, da wird sie sich anschleifen. Ah. Die Birne geballert, ey. So, haben wir aber auch geschafft. Alte Kackvogel. Bleibt stehen da. Oh, guck mal hier. Guck mal, cool, ne? Ja, ich habe doch nicht für Sie eine Kerze angezündet. Ach so, für mich. Naja, weil Sie ja gestorben sind. Oh, ich habe einen Hänger. Ich muss warten, bis ich wieder da bin. Warten Sie einen Moment. Oh, wir haben hier noch ein... Oh nein. Das haben wir jetzt hier nicht wirklich, ne? Aber das ist im anderen Gebiet. Ach, was bin ich froh. What? Treibstoff, äh, klauen Sie ein Flugzeug. Ja, ja, ja. Mit dem Flugzeug kennen wir ja die Geschichte. Ja, die kennen wir wirklich. Vor allen Dingen sind das... Wir gucken noch mal auf die Karte eben. Aber ihr habt das gemerkt, ne? Die macht alles alleine. Das ist erst gar nicht... Ich konnte so gerade eben den Konvoi noch markieren, bevor der hochgegangen ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir gucken mal auf die Karte, Leute. Ich glaube, wir verabschieden uns von diesem Ort. Meinen Sie? Ja, ich denke schon. Ich guck mal eben. Ich muss noch die Waffe ein bisschen hochpäppeln. Ja, dann lassen Sie doch mal... Welchen Ort wollen Sie denn überhaupt nehmen? Ich, äh... Ich roll mal so raus. Also, wir haben ja... Praktisch... Nix. 603. Drei hab ich, aber die 6000 fehlen mir noch. Haben wir noch irgendwo so ein Messergabeling? What? So ein Messergabel-Ding. Haben wir soweit noch? Wird mir hier nicht angezeigt. Doch, haben wir. Wo? Aber im anderen Gebiet. Ja, da will ich ja nicht hin. Da waren wir aber schon. Da haben wir noch ein Messer dann. Nahrungsmittel-Konvoi. Wollen wir den eben noch machen? Wo ist der denn? Dann kann ich mal in den letzten Dingen aufkippen. Der da. Alte Mine da. Der hier, ne? Der. Richtig? Ja, ich hab ja mal Karten. In sieben Kilometer? Ja. Und mal eben Heli und dann... Ja, mach mal. Ja, los, beeilen Sie sich mal ein bisschen. Äh, wo ist er? Äh, weiß ich nicht. Hier steht keiner. Ich stehe auch kein... Hä? Hier. Hier? Nein. Hä? Wo ist er denn jetzt? Bin ich doof? Da, 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 da. Hä? Wo steht denn hier ein Heli? Da. Da ist doch kein Heli. Da. Doch, da. Kannst du die sieben Kilometer laufen? Ja, ich kann sie ja gleich abhöhlen. Wo soll denn hier ein Heli stehen? Da. Noch weiter können sie noch nicht wegstehen, oder? Ja, sind diese Rebellos. Aber noch weiter geht nicht, oder was? Nee, nicht wirklich. Ja gut, dann nehmen wir euch noch eben mit. Dann machen wir noch eben den... Lieber scheitern. So. Man ist es ja gewohnt. Und? Aber wofür willst du denn noch Nahrung haben? Dann kann ich die letzten Fernschussexperten... Dann habe ich alles freigeschaltet. Dann haben wir dann abgeschlossen. Geht also wieder nur um ihren Vorteil, oder? Nein, sie kriegen doch auch siebentausend Nahrung. Wenn sie gleich dann aufpimpen, dann pimpen sie auch auf. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den Raketenbasen. Da finde ich auch irgendwie doof. Wir haben die eigentlich schon ausgeschaltet. Ja, das ist halt... Das ist halt, ne? Ja gut, ich habe ja immer gedacht, das wäre eigentlich nur bei Far Cry, ne? Ja, mittlerweile. Früher, aber bei dem anderen Spiel war es nicht. Oh, guck mal, wir können den Zug folgen. Aber der ist schneller wie wir. Das ist ja auch unrealistisch, oder? Ja, eigentlich schon. Unrealistisch. Völlig unrealistisch. Oh, soll ich da mal eine Bombe draufschmeißen? Das ist Treibstoff. Mhm. Und wieso ist der Zug denn schneller als sie? Das verstehe ich noch auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, komisch. Guck mal, ist schon wieder hier. Komisch, ne? Mhm. Irgendwie sieht dann alles gleich aus. Als ob wir hier schon mal gelegen wären. Oh, 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 oh. Als ob wir hier schon mal gewesen wären. Waren wir aber nicht. Waren wir doch. Doch, hier waren wir. Wir haben einen LKW geklaut. Ja, Moment, wir haben ja wieder einen hingestellt. Haben sie wieder einen hingestellt? Ach so, ja, nein, wir haben den nur ausgetaucht. Genau. Also, das ist aber jetzt hier. Ah, hier ist wieder die Kirschblüte, schön. Ja, genau. Oh, habe ich Ihnen schon gesagt? Ich habe hier gerade eine Bananenmilch. Was haben Sie? Eine Bananenmilch habe ich hier. Ah, okay. Muss ich mir doch mal eben reinknallen. Aus dem Angebot? Ich weiß nicht, ob das aus dem Angebot ist. Ne, ich glaube, die ist nicht aus dem Angebot. Habe ich jetzt gesehen, die war für 65 im Angebot. Ja, das ist mir auch egal. Haben Sie wieder runtergesetzt? Die war doch mal über einen Euro, ne? Ah, lecker. Ja, das ist ja nicht von M, sondern von M ist das. Ach so, okay. Das, was ich jetzt habe. Okay. Das eine ist ja My und das ist My. Ah. Verstehen Sie? Aha. So, 3,6 Kilometer. Sie dürfen sich... Also My. Ich habe jetzt von My die Bananenmilch. Ja. Und das andere ist von My. Schaffen wir das denn mit dem Konvoi? Keine Ahnung. Wenn wir erst, wie gesagt, den hinteren weg machen und dann den vorderen Begleitwagen... Ach, Sie haben Milu? Ah, ich verstehe. Babynahrung. Okay. Fürs kleine Baby. Was? Ich verstehe Sie nicht. Äh, alles gut. Oh, wie geil das aussieht, ne? Mit den schneebedeckten Bergen da hinten und so. Sie sollen nach vorne gucken. Ja, mach ich doch. Und nicht schneebedeckte Berge gucken. Wenn Sie so weiter wackeln, kotze ich Ihnen auf die Füße. Ja, was soll ich denn machen? Der ist nun mal nicht so... Oh, so schnell. Oh, komm, da ist noch ein Heli. Ich sehe uns gleich liegen irgendwo. 1,1 Kilometer, da fährt er. Kommt der uns entgegen? Warten, kommt der hier in unsere Richtung? Können Sie mal gucken? Schau mal auf der Karte. Der kommt uns entgegen. Das ist da gleich nur noch eine Kreuzung. Ja. Entweder fährt der dann nach rechts runter oder nicht. Bleiben Sie mal stehen. Hier gibt es noch die... Aber wir müssen... Warten Sie mal, ich habe eine Idee. Lassen Sie mich raus. Ja. Ich werde mal eben schnell meinen Granatwerfer benutzen. Ja, überzeugen Sie ihn mal. Den habe ich ja. Wo ist er denn? Granatwerfer mit V. Ja. Ich kann den auch nehmen. Und wenn der jetzt kommt... Auf jeden Fall den Begleitwagen. Der hat keinen Begleitwagen. Okay. So wie das aussieht. Also kein Granatwerfer, sondern die Reifen abschießen oder was? Ja, nach Möglichkeit schon. Also ich wechsle wieder. Und drauf auf die Reifen. Doch, der hat einen Begleitwagen. Bewegung auf der Straße. Sieht nach Hotelversorgungskonvoi aus. Santa Blanca verdient die Lebensmittel gar nicht. Wir sollten... Hallo nach. Ich habe ihn. Ja, Moment. Ach, ich liege schon wieder. Verdammte Scheiße. Wie dumm, ey. Warum sind wir so dumm? Ja, weil er schnell gehen musste. Weil er vorne stand da und hat auf mich geschossen. Da bin ich nach hinten zu markieren. Und da war der schon erledigt. Ja, die müssen schon die beiden Begleitwagen wegmachen. Ja, du hast gesagt, da sind keine Begleitwagen. Also übrigens, ich habe Einzelschuss. Wie kann ich denn mehr Schuss machen? Ja, indem du einfach mal zielst und dann wird dir das angezeigt. Ach so, okay. So, wo ist er denn? Weg. Wie weg? Weg. Der spawnt erst wieder in, weiß ich nicht, in Ultimo. Ja, gut. Ja, Leute. Dann beenden wir das. Dann beenden wir das. Spawren wir noch irgendwo hin? Ja, genau. Wohin? Nach, äh, Pukara, Bravo. Warte mal, warte mal. Mach doch erstmal Ziel mal und dann wird dir das unten links angezeigt. Ach so, das meinst du. Genau, da ist doch einmal ein Halbschuss. Ja, Y. Halb, halb, feuer. Halb, ja genau. Okay, aber ich habe Feuerstoß, komisch. Ja, also. Also, Pukara, Bravo? Oder? Moment, ich gucke mal. Bravo, Pukara, Bravo. Ich weiß ja nicht, wo du hin möchtest. Ja, wir sind ja jetzt erstmal hier in dem Bereich. Nur zu so einem, so einem Dingshaus. Wir können auch hier, äh, Pukara Alpha gehen. Wo ist das denn? Ja, da wo Pukara Alpha ist. Oder? Pukara Delta. Ach, Moment. Nein, Pukara Malka müssen wir her. Wir sind ja in Malka. Ja, du kannst, ja. Aber wir haben noch nicht alles freigemacht von Malka, ne? Da unten ist noch ein Bereich, der ist noch zu, ne? Der ist noch dunkel, ja, stimmt. Also, lass uns mal nach Malka Delta und dann überlegen wir uns, wo wir beim nächsten Mal hingehen und dann können wir da so rüberfliegen. Genau, wir machen jetzt Malka Delta, genau. Und dann verabschieden wir uns von euch. Und beim nächsten Mal fliegen wir dann in diesen dunklen Bereich, dass wir den auch freimachen. Ja, ja, genau. Kann man auch gucken, was da Schönes gibt, ne? Aber sieht schön aus hier, guck mal. Puh. So, ich bin, ich bin da. Ja, ich auch. Ich mache aber noch ein schönes Viertel. Und zwar stelle ich mich jetzt so, dass das Gebäude da im Hintergrund ist. Ja. So, eins mache ich noch. Bleib doch einfach stehen. Ja, ich will dir auch ein Foto. Ja, du stehst mit dem Rücken. Und stell dich nicht so nah zu mir hin, ich mag das nicht. So, Schluss jetzt. Bei der Ries, bei der Magie. Ich möchte Magie nicht... Ja, sie sind auch so Magie hier. Magie hier. So, erledigt. So, dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ja. Tschüss.